Das ist Bozhinan Jemzova. Ich habe euch bereits von ihr erzählt. Sie ist Schriftstellerin und wird ein paar Tage bei uns zu Besuch bleiben. Guten Abend. Liebe Freunde, Liebhaber der Poesie und Anhänger der tschechischen Nationalbewegung. Jetzt möchte ich kanzeln. Ich möchte kanzeln. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich dasselbe Leben nochmal erleben möchte. Kanzel! Eine Art noch! Meine Arme! Ich brauche das! Ich möchte ihn verlassen. Und zwar so schnell wie möglich. Das habe ich doch versucht. Nein, wenn ich wählen könnte. Ich wünschte mir so, in 200 Jahren nochmal geboren zu werden. Oder noch später. Denn ich weiß nicht, ob es bis zu dem Zeitpunkt eine Welt geben wird, in der ich mit vorne leben wollte. Wenn ich hier endlich fortkomme, dann werde ich sehr viel arbeiten und werde gesund werden. Auf deine Reise, Mama. Auf dich, Dora. Meine Tochter. Das mache ich nochmal. Das muss schöner werden. Erster Brief. Wenn ich ihm erzähle, was ich durchgemacht habe. Zweiter Brief. Das muss schöner werden. Weißt du, was ich geträumt habe? Wir sind durch die Straßen gegangen. Das muss schöner werden. Der dritte Brief. Du schreibst, solange du liebst und solange du liebst. Das ist sowieso noch ein anderes. Mein Herz begehrt, es herrgeliebt zu werden. Das ist sowieso noch der reine W tom. Das war das, was ich... Was ich mit euch?